Ich bin Ralf Scharrer aus Köln. Schauspieler, das bin ich. Warum schauen Menschen Filme? Weil sie Geschichten erzählt bekommen wollen von Schauspielern. Es ist ein Beruf für mich auf der Basis von Talent. Ein Handwerk sozusagen. Gefühle abrufen. Emotionen auf Knopfdruck. Kann man nicht lernen. Dabei bis an die Grenzen zu gehen. Die Zuschauer zu packen, hochzuwirbeln, durch die Luft zu schmeißen und wieder abzusetzen. Das ist, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ein Charakter, der nichts mehr mit mir zu tun hat. Für mich Schauspielerei pur. Die Rollen, die mir am meisten liegen, glaube ich, sind tatsächlich Charakterrollen. Sind Rollen, in denen ich zeigen kann, was auch manchmal nicht so schön ist. Ich wachs ganz kurz und schmerzlos. Es ist Bauchspeichel, Drüstenkrebs. Es tut mir leid. Die Gefühle, der Ausdruck, das Gesicht, die Mimik, die Gestik. All das, was ich brauche, ob klein oder groß, ist die Kunst der Schauspieler. Das ist die Schauspielkunst. Das ist für mich meine Arbeit. Das Interessante an der Arbeit ist, dass ich selbst merke, wann ich abgeliefert habe und wann ich noch eins draufsetzen kann. Ich merke selbst, bin ich hundert Prozent in der Rolle? Bin ich hundert Prozent drin? Glaubt man dir, was du da spielst? Oder war es noch nicht so gut? Und das spüre ich. Ich brauche die Aufnahmen, das Ergebnis überhaupt nicht sehen. Ich spüre das. Ich will Geschichten erzählen, denn ich bin Schauspieler.